Willkommen zu einer neuen Aufnahmessession vom Search and Seamaliter. Gleich wird das Telefon klingeln. Mein Handy hat vibriert. Sag ich doch. Äh, so. Da, da. Wasch mit dir? Okay, wir waren bei den Ambulanzmissionen und wollten heute ein Gehirn transplantieren. Also wollen nicht, aber ja. Aber es ist schwer. Oh mein Gott. Never mind. Okay, machen wir besser was Produktives bevor es scheiße wird. Nicht wahr? Ja, aber es ist immer der. Oh fuck. Dude. Oh mein Gott, jetzt bewegt sein Kopf die ja auch noch mit. Ich brauche die Spritze. Wo ist sie? Wo ist die? Bitte sag nicht, die ist jetzt schon runtergefallen. Die ist jetzt schon runtergefallen. Fuck. Gut, versuchen wir es gerade noch mal. Wo ist die? Da liegt sie. Okay. Okay. Gut. Okay. Voll in die Fresse hier. Au. Mein Lieber. Das wäre jetzt nicht so gut so, dass... Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn umgebracht. Wups. In 38 Sekunden. Ich habe innerhalb von 38 Sekunden jemanden ermordet. Wups. Nicht ins Gesicht. Ey, das funktioniert aber. Moment. Handeln wir lieber schnell. Bevor es schief geht. Nein, gib mir die Spritze. Aber fass nicht wieder rein, okay? Okay. Ich spritze mal lieber hier hin. So. Okay. Dann dröschen wir mit dem Hammer drauf. Kurz und schmerzt los, okay? Ja, mach ich ja. Okay, passt. Ziehen wir es erst mal raus. So. 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 Hier, hör auf. Hör auf. Okay. Fudge. Got it. Oh, dude. What the fuck? What the fuck am I doing? So. Schafft. Jetzt einfach nur noch das neue hier rein. Das sich jetzt schon mehrmals gedreht hat, offensichtlich. Wenn er mit. Na los. Passt. Made it. Ja. Das Gehirn ist wieder rausgefallen. Ach, egal. Wir sind hier fertig. Innerhalb von fünf Minuten. Nicht schlecht. Dann kann ich ja mal die andere Mission versuchen. Klopp. Weg damit. Geh da rein. Na. Na. Na los. God fucking damn it. Are you kidding me? Wait a minute. So. So. Ha. Das war doch sauber. Also wir wurden zu einer geheimen Mission geholt. Space. Ich hab angst um das Herz. Fängt ja schon mal gut an. Schnell. Oder ist das die, an der ich mich gerade gepiext hab? No. No. Fuck. Nein, das ist offensichtlich nicht die, an der ich mich gepiext hab. Toll. Die wichtigste ist jetzt weg. Hallo? Ich brauch den Hammer. Nein, 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 nein. Toll. Womit soll ich dem jetzt die, den Brustkorb eindreschen? Du bleibst da schön drin, Herz. Mein Herz. Schön. Du bleibst da drin, hab ich gesagt. Doofes Herz. Okay, ich brauch den Hammer, aber ich komm nicht dran. Fuck. Dann nehm ich halt die Kreißelbe. Hä? Okay. Na. Hallo? Ich... Boah, wot? Toll, jetzt verliert der Blut. Jetzt verliert er noch schneller Blut. Bleib mal da. Bleib mal da. Oh, fuck. Give me that. Give me it, please. Oh, man. Ha. Ha. Wenigstens hab ich... Hallo? Ich ramm das doch voll in ihn rein. Danke. Shit, das Herz. Ach, toll. Wenigstens ist der Hammer wieder da. Oh, man. Das ist ne richtig schlimme, nervige Mission. Kannst du mich jetzt schon an. So. Ha. Okay. Herz ist immer noch weg. Oh, mein Schatz. Oh, angenehm. Okay, nun gut. Diesmal sind unsere Hände nur viel Blutverschmetter, kann das sein? Thank you. Oh Gott, die Säge, ey. Bleib da, Herz. Okay, bitte. Danke. Hey, das geht wieder zurück. Cool. Okay, nun gut. Wo waren wir? Oh. Die Säge macht mich kill. Weg damit. Don't need that. Don't need that. Are you fucking kidding me? Get the fuck out of here. Danke. Okay, jetzt brauch ich noch ein Scalpel. Fuck. Ich würd gern das nehmen, dass das so ideal liegt und jetzt wegfliegt. Klar. Du. Du. Hab ich? Nee. Oh mein Gott, jetzt bleib doch da, du doofes Scalpel. Komm. Ja. Das kommt durch. Das. Oh. Oh man, ich seh nix wegen dem Glas. Genau, weg da. Dass das Zeug auch nicht zerbrechen kann oder so. Na. Ha. Oh Gott. Na, wir nerven das Geräusch von dem Ding auch. Nein. So ungefähr. Ah, wir heißen Nigel Burke, hm? Cool. 1987? Ist das 1987? Hab ich was verpasst? Na gut, wir haben das Spiel durch, im Prinzip. Ist hier noch irgendwas? Ich schmeiß mein Diplom auch weg. Ich würde mein Diplom auch wegschmeißen. Einfach, weil ich's nicht brauche. Weg, damit wir räumen hier jetzt auf. Ich räume jetzt erstmal meinen Schreibtisch auf. What the fuck? What the f- Warum auch immer hier so viele Worte? Ja, ist klar. What the- Das wollte ich doch gar nicht. Fuck that. War die rote Diskette da schon? Das ist halt so mal. Fuck, ich will wissen, was da drauf steht. Ach, toll. Jetzt hängt sie in meiner Hand. Das ist, das Zeug sich immer in die Hand hängen muss, ey. Ganz schlimm, sowas. Ich will doch einfach nur wissen, was da drauf steht. Krab, krab, krab. Komm, give me that. Hallo. Hallo. Are you fucking kidding me? Hallo. Boah, weißt du was? Ja, hier. Fick dich. Okay. Naja. Danke fürs Zuschauen. Danke für das Display anschauen. Ähm. Ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nix, ne? Gut, dann. Noch schönen Tag und so. Obwohl, wir könnten die Ertikung haben. Performance. Ah. Okay. Space. Go where no surgeon has gone before. Completely smash up the rip rage. Don't be such a baby. Rip screw back. Yeah. Ugh. Okay. Äh, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und... Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wahrscheinlich nicht. Aber naja, wir suchen was für. Ähm. Ja. Tschüss.